Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir schauen uns gemeinsam heute die 58 besten Porträtfotografen 2020 an. Die liebe Tatjana aus München hat mir bei Instagram geschrieben und mich auf diesen Link aufmerksam gemacht. Und bevor ich mir die 58 Bilder angeschaut habe, beziehungsweise die Fotografen, die ihre besten Bilder zeigen, somit landen wir bei 58 Bildern. Bevor ich mir das angeschaut habe, habe ich gedacht, hey, warum schauen wir uns das nicht gemeinsam an? Ich habe mir hier einen Kaffee gemacht, ich lade dich herzlich dazu ein, dir auch einen Kaffee zu machen und wir schauen uns gemütlich diese Bilder an, die Fotografen. Ganz kurz, ich werde nicht jedes Bild ausgiebig irgendwie mein Feedback geben. Wir schauen uns die Bilder durch, weil wenn wir zusammen mal kurz rechnen, wenn ich nur eine Minute für jedes Bild nehme, landen wir bei 58 Minuten. Okay, und bei einer Stunde mit diesem ganzen Intro hier. Das bedeutet, ich weiß nicht, was mich erwartet. Wir schauen uns die Bilder an, ich sage gerne, was mir daran gefällt, warum es schön ist und ich hoffe, dass du ganz viel Inspiration daraus nehmen kannst. Vielleicht auch eine Idee bei dir fruchtet, wo du denkst, hey, das sieht so cool aus. Wie hat er das gemacht? Ich werde versuchen, vielleicht zu erraten, zu erahnen, welche Brennweite, was da so benutzt wurde. Aber ich habe keine Ahnung. Ihr könnt euch gerne mal, wenn ihr das in Ruhe machen möchtet, in den Shownotes einfach mal reinschauen. Dort werdet ihr den Link finden und ich kann euch einladen, hier bei LooksLikeFilm viel mehr vorbeizuschauen. Habe ich noch nicht getan, aber ich sehe hier schon Rechtskategorien, ja. Ja, jetzt habe ich so ein Wort genommen, was ich nicht mal Englisch aussprechen kann. Boudoir, Challenge, Couple and Engagements, Daily Update, Drone, Education, also irgendwie die besten Bilder. So, ey, megacoole Seite. Vielen Dank, Tatjana. Warum habe ich die nicht schon vorher entdeckt? Also super viel Inspiration. Wir sind halt heute daran gewöhnt, entweder bei Pinterest oder Instagram vorbeizuschauen. So, aber ich habe mittlerweile genug geredet. Ich nehme noch einen Schluck Kaffee und dann nehme ich euch mal mit hier zum Bildschirm. So, und da wären wir auch schon bei LooksLikeFilm. 58 stunning portrait photos by the best photographers of 2020. Und das erste Bild ist schon einfach unglaublich schön. Es hat eine sehr, sehr schöne Ruhe. Und das ist so wichtig, Leute, in den Bildern. Die haben nicht immer so die krassesten Farben. Warum wirkt das Bild so ruhig? Schaut euch mal diesen Moody Look erstmal an. Ja, dieses Feld. Es ist sehr viel Brauntöne. Ein bisschen Blau oben. Und Blau und Braun, Orange, sage ich mal, ist ja komplementär. Also, warum ist das komplementär? Auch deswegen wahrscheinlich, weil einfach Erde und Himmel, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Und das Outfit. Hier die weißen Socken als Akzente. Tolles Model. Einfach ein sehr entspannter Blick. Ich denke mal, er sitzt da auf einem Fahrrad. Ich kann es jetzt nicht so erkennen. Und sorry, wenn ich nicht alle Bilder, vor allem die hochformatigen Bilder, nicht im Full Frame sozusagen anzeigen kann. Hier, mein MacBook ist 13 Zoll. 16 Zoll war dann viel zu teuer. Okay. Gehen wir mal weiter runter hier. Also, echt ein schönes Bild. Wir lesen der Text natürlich jetzt nicht. Auch ein unglaublich schönes Bild. Also, eine tolle Idee so. Also, mal abgesehen davon. Ich glaube, wir können hier ganz viele tolle Bilder erwarten. Deswegen sollte ich mich vielleicht nicht zu sehr wiederholen, dass ich die Bilder toll finde. Aber, was für ein schönes Bild, ja. Kann im Nebel entstanden sein. Kann aber natürlich auch viel Postproduktion sein. Auf jeden Fall. Ja, jetzt würden manche sagen, man kann die Augen nicht erkennen, ja. Ist überhaupt nicht schlimm, ey. Voll. Was sagt das Bild aus? So, ja. Was für eine Stimmung, Emotion sagt dieses Bild aus? Also, Einsamkeit. Verlassen sein. Einfach nicht mehr wissen. Von mir aus in diesem ganzen Social-Media-Nebel, wo man eigentlich steht. Keine Ahnung. Also, da gebe ich euch auch ganz viel Inspirationsfläche. Ihr könnt euch gerne euren Teil natürlich für euch denken. Das ist so das, was ich da vielleicht so ein bisschen sehe. Dann den Schauspieler, dessen Name hier nicht steht. Abdul Shah ist der Fotograf. Aber wir kennen ihn alle aus einmal das Tödliche Kommando oder so. Wo es, boah, krasser Film. Bombe entschärfen. Ich habe mich so oft erwischt in diesem Film. Der war ja auch Oscar-nominiert oder hat gewonnen. Nee, er hat damals gegen Avatar, glaube ich, verloren. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber der ist echt gut. Ich habe mich jedes Mal erwischt während dem Film, wie ich den Atem angehalten habe. Weil die einfach diese Bombe entschärft haben schon wieder. Also, ein richtig toller Film. Richtig cooler Schauspieler. Ich finde ihn mega sympathisch. Natürlich kennt man ihn aus den Avengers. Mein Sohn wüsste sofort, wie er heißt. Verdammt, Hawk. Irgendwas mit Hawk. Er hat einen Bogen. Wenn ich ein Avenger wäre, ich glaube, ich wäre auch er. Weil ich liebe Pfeil und Bogen. Aber ganz kurz zum Bild. Fensterlicht. Leute, es kann so einfach sein. Ja, ich glaube, es ist auch natürlich Kunstlicht so ein bisschen von rechts. Es ist irgendeine Lampe an. Aber Fensterlicht kann so einfach sein. Es kann so einfach sein, Menschen einfach ans Fenster zu stellen. Bitte nicht vor das Fenster. Entweder seitlich zum Fenster oder mit dem Fenster mitfotografieren. Dann sieht man leider das Fenster nicht. Was ja auch okay sein kann. Es kommt ja immer darauf an, was ist da hinten so. Wenn da eine Baustelle ist mit irgendwelchen roten Farben und so, dann brauche ich das nicht unbedingt. So, gehen wir weiter. Unglaublich schön. Schöne Idee. Da weiß man jetzt nicht. Hat man den Spiegel fotografiert und das dann später reinretuschiert? Also, das Bild da reingesetzt? Weil es muss so gewesen sein. Weil ich kann kein Bild frontal machen, ohne die Kamera dann im Spiegel zu sehen. Jeder, der das schon mal ausprobiert hat, wird kläglich scheitern. Auch wenn ich manchmal Fotos oder Drehs habe, wo Spiegel im Raum sind. Nicht einfach. Deswegen denke ich, hier wurde ein sehr schönes Porträt gemacht. Und auch wieder voll schön. Ja, also hier braucht man ja auch keine krassen Photoshop-Kenntnisse. Aber was für eine schöne Idee. Weil dieser Rahmen, in dem dieses Bild drin ist, einfach so schön passt. Das bedeutet vielleicht für euch, wenn ihr draußen irgendwas seht, was ihr voll spannend findet. So was. Ich habe letztens, waren wir bei einem Dreh, da war so eine voll altmodische Uhr. So eine Wanduhr. Die sah so toll aus. Also da hätte man wahrscheinlich auch irgendwie ein Bild reinretuschieren können. Das sah einfach so schön aus. Sehr schönes Bild. Cooler Typ. Cooler Bart. Richtig cooles Outfit. Ja, die Sonne geht unter oder auf. Hinten auch eine schöne Linienführung hier durchs Bild. Wir gucken, natürlich fängt der Fokus, unseren Blick erstmal hier vorne. Aber einfach eine schöne Richtung. Und viele würden jetzt zum Beispiel sagen, wie kannst du, er guckt ja nach rechts und ist hier schon rechts. Ich würde den links einordnen. Nein, dann würden wir halt diese Story hier links, würden wir eventuell verpassen. Ein sehr schönes Bild. Was natürlich auch einfach, natürlich auch wieder von den Farben lebt. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier nur Orange und Dunkelgrün. So, das war es. Wenn ich mal behaupte. Das ist so wichtig. Farben sind so wichtig. Hier, sehr, also auf jeden Fall schön. Catch mich jetzt nicht direkt so krass. Vielleicht, weil ich den Menschen nicht so gut sehen kann. Aber natürlich ein sehr spannender Mensch. Was für ein cooles Outfit. Gut, der Ausschnitt catcht auch irgendwann mal mit der Aufmerksamkeit. Ich bin ein Mann, sorry. Aber hier die Dreadlocks, Rasterlocken. Sehr cool. Und ja, die Location. Ich glaube, man hätte da ein bisschen mehr rausholen können. So, irgendwie ist das zu viel für mich. Das Bild kippt, und ich bin kein Erbsenzähler, aber das Bild kippt. Da ist sehr viel Bewegung drin. Ich glaube, da hätte man vor allem mit diesem Model, hätte man irgendwie viel mehr rausholen können. Also hey, man darf auch gerne kritisch sein. Nur weil es die Besten sind, heißt es nicht, dass das so jetzt Gesetz ist und man darf da bloß nichts sagen oder so. Ja, ein Bild, was auf jeden Fall erstmal mega krass natürlich auffällt. War wahrscheinlich in Form von einer Kampagne. Ashley Kokia Wallace. Also hier seht ihr auch immer die Fotografen. Besucht auf jeden Fall deren Homepages. Lasst euch inspirieren. Wenn ihr ein Bild unglaublich toll findet, dann schaut, was der Fotograf noch so gemacht hat. Viele fragen mich, ey, wie kennst du den Fotografen? Und ich muss ehrlich gestehen, ich kenne ganz viele Fotografen nicht. Ja, ich habe einen Podcast, wo super viele tolle Gäste sind. Also die habe ich kennengelernt. Ja, Benjamin Jaworski, Steffen Böttcher, Steffen Wiesner und solche Leute habe ich kennengelernt. Voll schön. Aber ansonsten das, was ich konsumiere tagtäglich, ist eher so im Bereich Business halt. Weil ich erfolgreich ein Business mit der Fotografie und den Videos machen führen möchte. Deswegen ist das für mich ganz wichtig. Ach, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Warum ist es einfach schön? Weil es einfach schön ist. So. Ach, voll schön. Wir kennen alle diese Bilder, wo wir die Hand halten. Aber ganz oft ist das so eine junge Dame, die uns in die 1001 Nacht entführt. Und hier ist einfach eine ältere Dame, die einfach so herzlich lacht. Und ihre Haare so schön, ja, von dem Gegenlicht da, ich weiß nicht, woher die Sonne kommt, angestrahlt werden. Also ein sehr schönes, sehr schönes Bild. Auch ein sehr schönes Bild. Tolle Landschaft. Auch hier wieder Leute, die Farben. Und guckt mal, sie wurde ganz, ganz bewusst hier platziert, weil über ihr die Spiegelung von den Bergen Raum hat für sie. Es gibt Raum. Hier links Blumen. Alles wieder so. Ich fände es, glaube ich, noch schöner. Ja, das weiße Kleid ist gut. Ich fände es, glaube ich, noch schöner. Nein, ich weiß es nicht. Wenn sie ein dunkles Kleid hätte. Also kein farbiges. Also, dass wir höchstens diese Farbe orange oder so hätten, ist schon schön. Aber klar sind die Bilder alle super. Trotzdem einfach mal gucken, was hätte man vielleicht besser gemacht. Und es geht nicht immer darum, Klugscheißer zu sein, okay? Aber hier mache ich gerade den Klugscheißer-Modus ein bisschen an, damit ihr auch vielleicht was für euch da mitnehmen könnt. Ja, das finde ich super. Ein cooles Bild. Warum? Weil es einfach eine Perspektive ist, die wir so eigentlich gar nicht kennen. Weil ich glaube nicht, dass du in einen Kühlschrank passt und immer wartest, bis einer die Tür aufmacht. Weil dann wäre uns diese Perspektive sehr geläufig. Sehr cool. Ja, so total aus dem Leben gegriffen. Auch total echt, total real. Außer das Model. Das ist mega hübsch natürlich. So, ja, ich weiß nicht. Auch ein bisschen, ich finde die Hand, hätte auch irgendwie anders reingreifen können. Ich finde, das ist so mächtig und es sieht irgendwie komisch aus. So, ja, ich glaube, sie will das Objektiv irgendwie so fassen. Also, da hätte ich irgendwie einen anderen Shot genommen, wo die Hand nicht so komisch ist. Ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich höher genommen. Ich weiß es nicht. Aber dann hätte man das schöne Datu hier nicht gesehen. Gut. Ach, das ist ein schönes Bild. Sorry, wenn ich geschrien habe hier ins Mikro. Ich muss aufpassen, weil ich versuche immer bis euch zu kommen. Aber das Mikro ist ja direkt hier vorne. Ein sehr schönes Bild. Und Leute, auch warum ist das Bild so schön? Natürlich wegen dem Hut, aber wegen den Farben. Es ist alles so eine schöne Creme, ja? So ein schönes Cremefarben hier, so unglaublich schön. Und natürlich dann diese Emotionen von dem alten Mann. Voll schön. Ich habe gesagt, ich werde ungefähr erahnen, welche Brennweite das ist. Also, das hätte ein 50 Millimeter sein können ungefähr. 85, irgendwie zwischen 50 und 85. Habe ich bei den anderen jetzt nicht gemacht. Aber gut, ist jetzt auch nicht so wichtig, ne? Auch ein sehr schönes Bild. Und hier sind mehr Farben. Aber das ist voll okay. Okay, wir haben hier sehr schöne Pastellfarben. Und dann dieses pastellfarbige Kleid. Perfekt. Sehr schöne Location. Der Blick ist so ein bisschen verlegen. Ich weiß nicht. Ich sage mal so, ich hätte wahrscheinlich das Model einfach in die Mitte gestellt. Und entweder sich so die nach oben schauen, zu den Fenstern. Hätte ich sie vielleicht lassen. Aber natürlich kommt drauf an, was für eine Geschichte man erzählen möchte. Es kann ja sein, dass diese Bilder bei einer Kampagne entstanden sind, die dann irgendwie verloren in der Kleinstadt oder so heiß. Keine Ahnung, ja? Deswegen macht das natürlich Sinn. Ach, mega cooles Bild. Oh, ich liebe dieses. Erstens voll die schönen Haare, tolle Lippen, tolle Farben. Was für eine coole Strumpfhose. Und wie gesagt, sorry, dass ich jetzt das Bild nicht so richtig füllend hier zeigen kann. Eine coole Tapete. Und auch Leute, die Tapete, ja. Wir sehen da blau, wir sehen orange. Wir sehen wieder dieses Orange in ihrem Gesicht. Wir sehen wieder blau in der Badewanne. Das sind, Farben sind so wichtig. Und ich finde dieses Freche mega, mega cool. Und ich liebe, wenn Haare einfach eine Struktur haben. Weil dann entsteht so ein schönes Schattenspiel. Ja, zwischen dunkel, hell, dunkel, hell. Mega, mega schön. Christina Venedikt. Du hast ein tolles Bild geschossen. Ein sehr schönes Bild. Sehr cool. Also so Berge und Wasser, das hat schon was. Wenn ihr die Möglichkeit habt, wo ihr sowas in der Art habt. Ich würde die ganze Zeit, nicht die ganze Zeit, aber ich würde ganz oft dort fotografieren. Auf jeden Fall. Und sorry, wie gesagt, aber ein schönes Format. Auch so viel Raum oben. Und dann unten. Man hätte auch ein Quer draus machen können. Dann wäre das Bild hier so. Aber das hätte nicht diese... Ja, das ist ein schönes Format. Es ist nicht ganz. Es ist irgendwie echt hochgezogen, echt langgezogen. Aber sehr schön. Ich weiß gar nicht, bei welchem Bild wir sind. Ich sehe das hier am Scrollrad. Ich weiß auch gar nicht. Ich habe so einen Timer gesetzt. Wir machen einfach mal weiter. Ich versuche mich zu beeilen. Sehr schönes Bild. Coole Location natürlich. Und hier eine Blende von 22 oder 16. Oder man hat mehrere Bilder gemacht und dann zusammen gematcht. Glaube ich nicht. Also das ist schon so eine Blende 22. Natürlich lebt das Foto. Ja klar, von der Flagge, von dem Model hier mit dem Tattoo noch. Aber natürlich auch von der Location, ja. Das ist nicht Bielefeld. Wobei Bielefeld echt schön ist. Aber das ist halt... Was ist das? Keine Ahnung. Ist das New York? Ich weiß es nicht. Ich bin die Geografie echt eine Null. Das ist ein schönes Bild, Mann. Solche Bilder mag ich. Wow. Richtig schön. Auch wieder, Leute, ich kann es nicht oft genug wiederholen. Wir haben nur Orange und Schwarz. Und hat also Hautfarben Orange, Schwarz. Voll schön. Auch die Schärfe. Das ist super. 1,8 vielleicht so. Man sieht noch den Nasen. Piercing, tolles Model. Richtig, richtig schön. Ich weiß gar nicht, wie man sowas macht. Gibt es solche Schmetterlingsflügel zu kaufen? Oder sind das echte Schmetterlinge? Glaube ich nicht. Weil dann wären die Flügel wahrscheinlich nicht mehr so schön. Weil man die hätte ja oft fangen müssen und da lassen müssen oder so. Das ist ein cooles Bild. Endlich mal wieder Farbe. Passt perfekt. Auch hier Make-up. Ja, blau, rot. Rot, blau, grün. Also alles natürlich, was hier auch im Bild auf dem Hintergrund ist. Könnte so ein Kunstmuseum sein. Könnte man aber auch selber irgendwo gemalt haben. Ja, wahrscheinlich Diego Baptista ist der Fotograf. Kann sein, dass es entweder eine Hochzeit war. Was für coole Charaktere, alter Schwede. Mega. Aber vielleicht auch wieder eine Kampagne für irgendeine, wie nennt man das, Modebranche oder so. Und das sind alles Models. Cooles Bild. Boah, das ist ein schönes Bild. Mann, ist das schön. Da riecht man schon echt diese Morgenfrische oder so. Kann auch abends natürlich gewesen sein. Aber wie schön ist das denn? Und wie sich das Licht durch die Pferde bricht und hier noch diese Strahlung. Mega schön. Also das ist so Malboro-Werbung. Wobei ich natürlich nicht Raucher bin und es eine Frechheit finde. solche tollen Bilder in Verbindung mit solchen schädlichen Sachen zu bringen. Das ist ein echt schönes Bild. Das ändert mich so ein bisschen an Zurück in die Zukunft, Teil 3. Ach, wie cool ist das denn? Guck mal, wenn ich den sehe. Das ist das Schöne an Bildern. Man sieht solche Bilder, wo Leute lachen. Und dann fängt man selber an zu lachen. Ich finde das super. Ja und guck mal, das ist so schön. Ganz kurz, eine kleine Geschichte nur. Ich musste mal für eine Agentur Stock-Bilder zusammensuchen, wo Leute so erschöpft sind, so Kopfschmerzen haben oder einfach gestresst sind. Wisst ihr, wie ich mich nach einer Stunde Stock-Material-Recherche gefühlt habe? Ich hatte Kopfschmerzen und ich fühlte mich nicht gut. Weil ich die ganze Zeit solche Bilder konsumiert habe, wo Leute so in die Kamera gucken. Wo es denen echt nicht gut geht. Und nennen das Spiegelneuronen. Keine Ahnung. Aber Fakt ist, ich hatte danach Kopfschmerzen und so. Und wenn ihr euch solche Bilder anschaut oder Bilder von tollen Fotografen, wo ihr inspiriert werdet. Und genau das tun wir ja gerade. Das ist so schön. So schön. Habe ich schon öfter erzählt, ich versuche einmal im Monat mindestens in die Stadtbibliothek zu gehen, mir drei Bildbände rauszusuchen und einfach zu blättern, ganz in Ruhe. Ist nicht cool gerade mit Maske und so, aber einfach in Ruhe und mir Inspirationen holen. Ich hatte auch letztens ein Buch, wo ich dachte, was sind das für hässliche Bilder. Wie schrecklich. Wie kann das ein Bildband sein? Was für eine Verschwendung an Papier. Aber über Geschmack lässt sich nicht streiten. Auch wieder ein sehr schönes Bild. Natürlich lebt es von den Farben, von den Schmetterlingen. Wie schön. Sehr, sehr schön. Schönes Model. Outfit. Das ist alles so wichtig. Auch ein sehr cooles Bild. Ist ja verwackelt, ist ja verschwommen. Leute, ich bin mir ziemlich sicher, das war hier so gewollt. Aber es sieht aus wie so eine Malerei. Das ist ja auch, was kann man alles mit Photoshop machen. Ihr könnt so ein tolles Bild machen, dann noch so mit Ölfarben. Und schon, ja, verfremdet ihr das so ein bisschen. Und da können so krasse Sachen entstehen. Ja, auch ein, auf jeden Fall ein schönes Bild. Es spricht mich jetzt nicht so an. Ich weiß, welche Story und so ein bisschen, ja. Ist mir zu dark. Ich mag sowas nicht. Das ist ein schönes Bild. Natürlich viel zu künstlich. Darüber brauchen wir gar nicht streiten oder reden. Aber was für ein schönes Outfit. Hier wurde natürlich auch mit ein paar flüssigen Filter. Also auf jeden Fall hat der Fotograf sehr bewusst das Bild verfremdet, sodass man nicht denkt so, oh, da hat er aber ganz schön viel gemacht. Nein, er hat bewusst zu viel gemacht, damit man nicht denkt, ist das jetzt echt oder ist das gemalt? Er hat schon, glaube ich, diesen Look auf jeden Fall hier beabsichtigt, dass das wie gemalt aussieht. So, und stellt euch vor, dieses Bild, boah, riesengroß so in irgendeinem Schloss oder so. Voll schön. Cooles Bild, ey. Das erinnert mich so ein bisschen an, ja, ja, voll geil. FaceTime-Shooting. Ich habe auch fürs Buch, was Ende März erscheint, ein FaceTime-Shooting gemacht. Und da habe ich nicht, aber die Idee hatte ich auch, das natürlich mit Ambiente einfließen zu lassen. Ich habe zum Beispiel so eine Lichterkette um das Smartphone hier auf den Tisch gelegt, habe Bilder gemacht und so. Wenn ich es nicht vergesse, blende ich euch jetzt ein Bild ein. Voll schön, kann ich jedem nur empfehlen. Und, ja, nee, das würde den Rahmen sprengen, aber ein FaceTime-Shooting müsst ihr unbedingt mal machen. Nicht nur, weil Lockdown ist oder so. Es ist einfach eine mega coole Erfahrung. Kleiner Hack oder das Geile einfach daran ist, dass Model sieht, wie es aussieht und kann immer so gucken, dass es denkt, so, ja, so gefalle ich mir. Wie oft kennen wir das als Fotografen? Wir machen Bilder und sagen, ah, nee, wie waren meine Haare da? Ah, nee, das sieht ja doof aus oder so. Ja, kennen wir. Und so sieht das Model ja selber, wie es aussieht. Double Exposure. Die Bilder kennen wir, aber ein sehr, sehr schönes Bild. Richtig schön gemacht hier mit Wasser und so. So ein Bild hätte ich auch gerne von mir. Yes, sehr schön. Auch wieder so ein Frame, ein Bild im Frame. Auch hier, das muss rein retuschiert sein. Weil sonst würde man ja die Kamera sehen. Aber, ne, guck mal, wie cool, ja. Vielleicht lauft ihr heute mal ein bisschen anders durchs Leben. Bleibt zu Hause wegen Lockdown. Aber haltet Ausschau nach diesem Rahmen. Ja, so, wie interessant, wie spannend. Okay. Ah, das ist so eine Serie. Warum nicht? Warum nicht eine Serie, eine Bildserie machen? Warum wollen wir immer nur ein Bild aufhängen? Ein Bild. Nein, warum nicht so eine Serie aufhängen? Vielleicht war das auch ein Poster. Ne, es sind neun Monate. Auch ein sehr schönes Bild. Ich würde niemals so ein Buch lesen, ganz ehrlich. Also, das sieht mega unentspannt aus, so ein Buch zu lesen. Ich lege meine Beine immer hoch und so. Ich sehe alles andere. Also, ich sehe mega entspannt aus. Aber das ist keine entspannte Haltung. Also, ich finde, das hätte nicht sein gemusst mit dem Buch unbedingt. Ja, es ist echt schön. Schöne Lichtstimmung. Aber es wirkt so unauthentisch. So liest kein Mensch ein Buch. So macht man Yoga. Oder, aber, ja, vielleicht ist das ein Buch über Yoga. Keine Ahnung. Ist ein cooles Bild, aber ist es mir zu grell hier alles. Na klar, war auch wieder mega krass beabsichtigt. Ich glaube, die Fotografen hier haben nicht aus Versehen den Regler zu weit geschoben oder kennen sich nicht mit Lightroom aus oder mit Capture One. Das war sehr bewusst so gewählt, aber spricht mich irgendwie nicht wirklich an. Ich finde es cool, dass es ein Model ist, was vielleicht ein bisschen mehr, wie man sieht, sagt man Fleisch, das hört sich so doof an. Ihr wisst, was ich meine. Und nicht immer diese mega, so, ne, ist cool. Auch einfach, ja, das, also, jetzt hat es bei mir auch so ein bisschen Klick gemacht. Das ist einfach die Mutter, die sich direkt morgens schon den Cocktail gönnt, einfach den Pool für ihre Kinder voll macht. Vielleicht aber auch für sich selber so. Weil sie einfach wegen dem ganzen Lockdowns so, hey Leute, ich brauche einen Drink direkt morgens, weil es gleich abgeht. Cooles Bild, coole Dynamik, coole Farben, tolles Outfit. Ich hätte es mega cool gefunden, wenn sie das so mit den Haaren macht, aber dann die Brille so und in die Kamera guckt, fände ich noch cooler. Ein schönes Bild, wow, krass. Das muss aufwendig gewesen sein. Wow, sehr schön. Cool mit den Lichtern der Stadt. Auch sowas, wenn ihr so eine Möglichkeit habt, macht das. Macht das. Das ist so schön mit diesem ganzen Bokeh im Hintergrund. Stay home. Ja, cooles Bild. Stay home. Man könnte rätseln, wie er das gemacht hat. Vielleicht hingen die Buchstaben, vielleicht hat er die Buchstaben alle so reingehalten immer und dann sich da so rausretuschiert oder so. Und dann das Bild natürlich da drunter. Wow. Ich bin verliebt. Mann, was für schöne blaue Augen. Und natürlich perfekt. Es ist perfekt. Ich liebe blaue Augen, blaue Tapete mit so coolen Mustern, diese Haare, dieses Outfit. Und mega, mega schön. Aber was für ein Lächeln so. Was für eine Freude diese Frau ausstrahlt. Was für ein schönes Lächeln. Einfach eine schöne Frau auf jeden Fall. Aus Brasilien vielleicht oder so. Keine Ahnung. Mega schön. Wow, tolles Bild. Auch ein sehr schönes Bild. Schön. Es sind immer die Farben. Es sind immer die Farben. Es ist immer die Reduzierung der Farben. Auch ein sehr cooles Bild. Vielleicht kennt ihr den Typen. Ich kenne ihn leider nicht. Ich weiß nicht. Also das sieht cool aus. Also das gehört natürlich dazu so. Ich weiß nicht genau warum. Sieht aus wie so ein kleiner Heiligenschein oder so. Aber es ist ein cooles Bild. Und vor allem ein sehr schönes Licht so. Wow. Es ist auch sehr cool. Und wir sehen hier so einen schönen Reflektor. Der von unten nochmal aufgehellt hat. Und die Catchlights in die Augen bringt. Und dieser Pulli ist so wichtig auch, weil er einfach wieder Struktur hat. Wow, was passiert denn hier? Was für eine geile Location ist das denn hier? Sieht aus wie mit so einem Retro-Objektiv, wo die Schärfe nicht perfekt sitzt, aber das ist auch völlig egal. Wie cool ist das denn? Vielleicht war das wirklich so vor Ort auf dem Bild. Vielleicht wurde das aber auch noch nachträglich irgendwie reingemacht. Das wissen wir nicht. Aber ist auch gar nicht so wichtig. Es ist einfach ein sehr schönes, stimmiges Bild. Wow. Auch ein sehr schönes Double Exposure. Und mal nicht schwarz-weiß, sondern mit Farbe. Yes. Ein sehr schönes Bild. Es wirkt so ein bisschen, wie nennt man das? Weizen? Stock? Es sieht ein bisschen aus wie, und nimm das in die Hand und halt das mal. Hätte ich nicht gebraucht. Wir sehen, dass es hier in dem... Also ja, kann man machen, aber das hätte für mich nicht gebraucht. Nee, bräuchte ich nicht. Aber schön. Auch wieder, Leute, es ist nur Gold. Es ist nur braun. Das ist die einzige Farbe hier eigentlich. Sehr cooles Bild. Und das wurde natürlich wahrscheinlich in der Postproduktion alles drauf gemacht. Cool. Auch ohne die ganzen Zeichnungen. Sehr schönes Bild. Schöne Lichtstimmung einfach. Auch sehr cool. Das sieht cool aus. Was ist das für ein durchsichtiges Surfbrett oder so? Oder wie nennt man diese Dinge, auf denen man stehen kann? Das ist auch ein sehr schönes Bild. Natürlich auch wieder so, boah, das ist ja krass und so bearbeitet. So krass ist es gar nicht. Es ist einfach unglaublich schön. Natürlich auch wegen den Haaren. Wegen den Augen, klar. Wegen der Schulter. Leicht nach vorne. Wegen den Freckles. Jetzt sage ich schon Freckles. Wegen den Muttermalen. Sehr schön. Auch voll schön. Hier so eine schöne Körnung. So Vintage-Look. Tolle Pose. Baum. Super. Oh, fast nicht gesehen, was das sein soll. Aber das ist schon echt sehr, sehr künstlerisch. Da saß man schon sehr, sehr viel. Ich weiß gar nicht, wie viel. Es ist alles nur Photoshop. Das sieht sehr, sehr künstlich aus. Ja, und dann war das Bild hier am Anfang, hatten wir schon was gesagt. Auch ein sehr schönes Bild durch die Glasscheibe fotografiert. Oliver Hugo macht das auch sehr gern. Man stellt solche schönen Bilder. Sehr, sehr schön. Toller Blick. Tolles Licht. Tageslicht ist so ausreichend, Leute. Wenn ich euch eins mitgeben kann aus meinen ganzen YouTube-Kanälen. Lernt das Licht zu sehen. Wenn ihr drinnen Fotos macht, zu Hause, macht das ganze Licht aus und schaut einfach, wo die Fenster sind. Auch sehr, sehr cool. Und hier ist natürlich noch eine Art Typografie. Typografie ist ja auch eine ganz eigene Wissenschaft für sich. Aber ein sehr schönes Bild. Hier zwei Personen. Wow, wie stark. Auch ein sehr schönes Bild auf jeden Fall. Ich finde es, ich weiß nicht, es kippt so leicht. Also es ist schon so drauf angelehnt, dass das hier alles super symmetrisch ist. Ist es aber nicht. Ich weiß nicht, ob ich auf diesen einen Knopf gedrückt hätte, bei Lightroom, einfach auf Auto und dann zack, wäre alles schon wieder gerade. Das wäre ganz cool. Auch ein sehr schönes Bild. Cool. Finde ich gut. Und das Lustige ist ja, dass der Boden, der könnte ganz knapp da drunter sein. Aber da wir den Boden nicht sehen, könnte sie auch in 20 Meter Höhe sein. So, das finde ich echt interessant. Was lassen wir eigentlich weg? Wir wollen immer ganz viel im Bild hinzufügen. Aber die Frage ist, und ich weiß nicht, wer das gesagt hat, was lässt du weg? So, ist eine viel, viel wichtigere Frage oft. Auch ein sehr schönes Bild. Backlight, Frontlight. Sehr cool. Wir sind schon gleich am Ende. Wie das Paradies so. Nicht, weil es drei Frauen sind. Nein, weil es wirklich einfach wegen dem Hintergrund, meine ich. Voll schön. War wahrscheinlich auch so. Hochzeit oder so. Bei dir haben wir aber einen Ausschnitt. Da kann man ja, ich komme mal weiter. Schatz, falls du das Video schaust. Ich fand wirklich die Location ganz schön. Schönes Bild. Voll wie unterschiedliche Hautfarben. So. Und die Outfits. Also auch wieder so, wirklich keiner übertreibt hier mit irgendeiner knalligen Farbe. Und eine Wand kann, man muss es nicht echt kompliziert machen. So eine Wand reicht einfach aus, wenn da schönes Licht ist, um da schöne Bilder zu machen. Ja, sieht, ist schönes Bild. Sieht für mich eher wie so ein Schnappschuss aus. Ist das so? Ist sie schwanger? Ist auch egal, ob sie es nicht ist, aber vielleicht ist das so eine Schwangerschaft. Mit einer Schildkröte oder so. Auch sehr cool. Mega. Warum? Double X wegen der Maske, die wir tragen müssen, während wir durch die Stadt gehen. Richtig cool. Ja. Wow. Also wenn das nicht Inspiration ist, was man alles machen kann. Und Leute, ganz ehrlich, macht das doch einfach eins zu eins nach, wenn ihr das cool findet. Ihr werdet eh nicht das Model haben. Macht das einfach nach. Und schon werden Leute sagen, wow, wie cool. Und wenn sie sich fragen, boah, wie geil ist das Bild? Ja, ich wurde inspiriert durch Looks Like Film. Ich wollte es einfach mal nachmachen. Wie cool ist das denn? Wow. Auch wieder voll schön. Gelb-Grün. Und dieses Kleid. Mega, mega schön. Auch voll schön. Ich finde, ja, ich finde es eigentlich schön, aber ich finde die Pose irgendwie echt komisch. Es ist so, ich hätte sie mir viel, lass mal deine Arme runter, lass mal die Haare im Wind oder so. Es wirkt so, als ob die Pose nicht zu Ende fertig war. So. Das war's, Leute. Das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hoffe, ich hatte unglaublich viel Spaß und ich werde, ich werde, denke ich, noch mehr solcher Videos machen, wo ich mir die anderen Kategorien mal anschaue, weil dann müssen wir das nicht alleine uns einfach anschauen, sondern können uns das gemeinsam anschauen. So. Und ich bin gespannt. Schreib gerne in die Kommentare, welches Bild, die wurden jetzt nicht nummeriert, aber du kannst ja gerne schreiben, welches Bild du vielleicht am allerbesten fandst. Welches Bild hat bei dir krasse Emotionen, sag ich mal, ausgelöst, wo du denkst, boah, wow, das finde ich so gut. Welches Bild findest du so toll, dass du es unbedingt mal nachstellen möchtest, nachbauen möchtest, weil dafür sind Bilder da, so sich inspirieren zu lassen. Ich finde sowas toll und ich hoffe, dir hat es auch gefallen, dass du nicht alleine, sag ich mal, hättest du auch machen können. Wir hätten alle auch alleine uns das anschauen können, aber so einfach gemütlichen Kaffee, der schon kalt geworden ist, super, wie immer. Ich hoffe, du hast deinen zu Ende ausgetrunken und wie schön das einfach sein kann, sich sowas anzuschauen, sich inspirieren zu lassen, weil ich bin fest davon überzeugt, je mehr tolle Bilder wir uns anschauen, tolle Fotografen, das speichert sich unterbewusst ab und wenn wir draußen rumlaufen und irgendwas sehen, wissen wir nicht genau, warum wir das Gefühl haben, dass hier gleich ein cooles Bild entstehen könnte, aber wir probieren es einfach aus. Also ich wünsche dir alles, alles Gute, bleib motiviert, bleib kreativ, fühl dich inspiriert und bleib vor allem gesund. Wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Wenn dir das Video gefallen hat, natürlich hätte ich fast vergessen, lass mir einen Daumen da, abonniere gerne diesen Kanal, was du wahrscheinlich schon längst getan hast und ich wünsche dir alles Gute und mal schauen, ob ich beim nächsten Video ein bisschen kürzere Haare habe. Mach's gut. Tschau. Tschau. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020